Hallo, so bekannt kann ich nicht sein, denn ich arbeite in Wahrheit bei den Stuttgarter Nachrichten. Schönen guten Abend von dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, als ich das letzte Mal hier was gesagt habe, befahren wir uns gerade in der Stuttgarter Oktoberrevolte. Inzwischen ist es Januar frostig und die Stadt regt nach Abriss und Landtagswahlkampf. Wahlkampf ist, wenn die Verkehrsministerin Gönner durch ihren Heimatkreis Siegmaringen zieht und ihren Landesleuten weismacht. Wenn Stuttgar 21 gebaut wird, sind alle Siegmaringer in 45 Minuten in Stuttgart, wohlgemerkt mit der Eisenbahn, nicht auf einer Kanonenkugel im Ministerpräsidentenformat. Dazu muss man sich sagen, das ist wie gesagt Wahlkampf und jedes Land hat die Sarah Palin, die es verdient. Wahlkampf wäre auch ab sofort solidarisch, die FDP zu unterstützen, weil Frau Homburgers Organ ganz ähnlich klingt wie die Tröten hier auf dem Anrufkrechtplatz. Aber mir geht es nicht um Wahlkampf. Die Eisenbahn wurde nicht nur erfunden, um den Bürger in Land wegzunehmen und darauf Luxusapartments hinzustellen, wie hier auf dem Bahnhofsgelände. Man kann mit der Eisenbahn, wenn sie gerade mal fährt, auch eine nützliche Reise machen, zum Beispiel nach Frankfurt am Main, um dort die Paul-Bonaz-Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum zu besuchen. Das habe ich vor zwei Tagen gemacht und weil ich mir nicht anmaße, meine Sicht der Dinge als Maßstab zu nehmen, zitiere ich an dieser Stelle Dieter Pateckow von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er schreibt über Paul-Bonaz und den Stuttgarter Hauptbahnhof, zu erkennen, dass die Bauherren von Stuttgart 21 mit diesem einzigartigen Denkmal so ignorant und stundsinnig umgehen wie 1928 die fanatischen Funktionalisten, die den Bau als reaktionären, giganten, diffamierten Leit dem Besucher überlassen, die nur mit extrem großen Scheuklappen, könnte man im Deutschen Architekturmuseum die Verstümmelung des Stuttgarter Hauptbahnhofs als Lappalie abzuholen. Die extrem große Scheuklappe, meine Damen und Herren, ist heute das Symbol der Stuttgarter Stadtplanung. Es passt gut zum Rost im Stadtplan. Was mir in den vergangenen Wochen besonders aufgefallen ist, sobald man Begriffe wie Historie, Denkmalpflege oder Kulturgeschichte auch nur Angst ausspricht oder hinschreibt, kommen die S21-Befürworter ums Eck und verbreiten die Phrasen, man romantisiere, verkläre, trage die rosa-rote Brille. Das ist ihre Rechtfertigung für ihre totale Geschichtslosigkeit. Seltsamerweise erinnern sich die gleichen Leute immer dann an Geschichte, wenn sie sich und uns den Bonatsbau als Nazi-Monument zurechtlügen. Nazi geht immer, wenn es um die Diffamierung von Gegnern geht, das kennt diese Leute kurz und zweit aus dem Fernsehen. Selbstverständlich werden sie den Unsinn vom faschistisch geprägten Baumeister auch wieder verbreiten, wenn sie den Südflügel zertrümmern, dieses Dokument einer Architekturgeschichte, die zurückgreift bis zu den Ägyptern. Sie erkennen nicht, was da vor ihnen steht, sondern beurteilen dieses Denkmal mit seiner einzigartigen Dynamik nach ihrem Privatrat. Ein Geschmack, der schlecht ausgewickelt ist, sich an den Erkenntnissen von Tourismus und Spesenreisen in sogenannte moderne Kohlstädte irgendwo in der Welt orientiert. Diese Leute haben nicht das geringste Gefühl und auch nicht den Sachverstand dafür, wie die Stadt Stuttgart ihre Identität, ihren Charakter und ihr Gesicht verliert, wie die Stadt immer mehr zu einem austauschbaren Sammelsurium von Büro- und Wohneinheiten in der Innenstadt verkommt. Diese Politiker leiden an ihrem Betonkomplex. Die Methode Stuttgart 21 strahlt längst aus. Bald werden wir erkennen, was in der Paulinenbrücke passiert, in diesem inzwischen zum Geisterviertel mutierten Quartier. Man nennt es jetzt Quartier S. Und dieser Name ist ja auch die Bezeichnung Neiländerplatz, Farkiserplatz, Da Vinci oder ähnliche Großkotzigkeiten. Ein Beispiel dafür, wie man einem Ort die Identität raubt und die Menschen aus der Stadt hinaus baut. Man wird die eine oder andere alte Fassade stehen lassen, so wie hier am Bahnhof, und das ist bezeichnend. Meine Damen und Herren, Sie kennen alle den Schriftzug mit dem Hegelzitat hier an der Frontseite des Hauptbahnhofs eine Arbeit und ein Geschenk des amerikanischen Konzeptkünstlers Joseph Kossuf. Joseph Kossuf hat im Zusammenhang mit Stuttgart 21 Folgendes gesagt, ich zitiere, Selbst wenn etwas nicht vollständig abgerissen wird, so lässt man in der Regel nur die Fassade stehen und baut dahinter praktische Gebäude. Das ist ein rückschrittliches Architekturverständnis. Architektur hat die Psychologie eines Ortes zu konservieren. Dadurch ist es uns Menschen möglich, eine Verbindung herzustellen zu den Menschen, die vor uns da gewesen sind. Durchbricht man diese Logik, indem man nur die Fassade stehen lässt, verändert man die Städte, in denen wir leben, in eine Art Euro-Dismiland. Der Künstler Kossuf sagt uns, es geht gewissen Stadtplanern, Politikern nicht darum, Altes und Neues zu verbinden, wie es große Architekten andernorts vormachen. Es geht nicht darum, Entwicklungen zu erkennen und daraus zu lernen. Deshalb reagieren sie so allergisch, wenn sie das Wort Geschichte hören und ihren dummen Schrott über ihren eigenen Großvater ablassen, sobald man sie an die Errungenschaften der Vergangenheit erinnert. Diese Leute, man findet sie in den Wahlkampfquartieren der Parteien, sind früh verkreist und halten ihre Verbotheit für Fortschrittsdenken. Albert Einstein, den ich nicht zitiere, weil man ihn auf Kalenderblättern findet, sondern weil er im unglückseligen Ulm geboren ist, zum Glück, zum Glück befordert ein gewisser Herr Gönner am rechten Ufer, der Donau aus ein Unwesentrieb. Albert Einstein hat gesagt, Fortschritt ist der Austausch von Wissen. Bei uns in Stuttgart bedeutet Fortschritt Ignoranz von Geschichte und Wissen. Den Austausch von Wissen haben Politiker durch die Flosk die Kommunikation ersetzt. Ein anderes Wort für billige Propaganda. Euro Disneyland, das ist die Zukunft, meine Damen und Herren. Darauf laufen Projekte wie S21 hinaus. Euro Disneyland bedeutet Dagobertismus, auch Casino-Kapitalismus genannt. Euro Disneyland ist das, was sie meinten, als sie in ihrem Größenwand vom neuen Herz Europas fasselten. So wird Stuttgart ein Allerwätsgebild aus Shoppingmalls, Apartment- und Bürokomplexen. Da die Betonplaner ja die Zukunft, den Fortschritt und vor allem, wie sie glauben, das Marketing erfunden und gepachtet haben, fragt sich der halbwegs wache Marketing-Mensch. Was wollen sie eigentlich mit ihrer Konfektionsware? Sondern Euro Disneyland-Buden das schaffen, was sie so gern als Marke deklarieren? Sie produzieren keine urbane Marke, keine Alleinstellungsmerkmale, um in ihrem läppischen Sprachgebrauch zu bleiben. Sie fabrizieren Wortsmüll und Logos, über die jeder Grafiker lacht, der einen rechten Winkel in seinem Computer von einem Eierfleck auf seiner Hose unterscheiden kann. Meine Damen und Herren, seltsamerweise reagieren die Menschen blickschnell auf Dinge wie den Dioxinskandal. In meinem Bio-Supermarkt ums Dick gab es kaum keine Eier mehr. Warum aber reagieren viele nicht, wenn man ihr Stuttgart zwar nicht mit Dioxin, soll doch mit einer menschenfeindlichen Stadtplanung vergiftet? Da müsste doch der Satz, wonach man einen Menschen mit einer Wohnung die mit einer Axt erschlagen kann, in die Zukunft führen. Mit einer gewissen Art Städtebau, mit jenem Fassadismus, den Joseph Kossuth beschreibt, wird man viele Menschen vielleicht nicht erschlagen. Aber man wird sich aus ihrer Stadt vertreiben, denn die Stadtentwicklung schafft ihre Voraussetzungen dafür, wer sich was in Zukunft noch leisten und wo er wohnen und leben kann. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Stuttgart, diese einzigartige, liebenswerte Stadt im Kessel unter den Hügeln oder das Quartier XY, diesen betonierten Euro- oder Global-Pudding. Mein Name und Herr, ich bin am Ende meines Vortrags. Gehen Sie bitte nachher pünktlich nach Hause, sonst wird der Veranstaltungschef hier wieder zu 1.500 Euro Strafe verknackt, weil er selber 20 Minuten zu früh gegangen ist. Allerdings würde ich das noch sagen, da verscheinen mir diese 1.500 Möpse für 20 Minuten gesparte Zeit ein eher günstiger Tarif. Wenn man bedenkt, was wir zahlen und erdulden soll, um 20 Minuten früher in Herrn Könners Ulm zu kommen. Wir bleiben hier in Stuttgart. Vielen Dank und schönen Abend. Vielen Dank, Frau Bauer. So, jetzt wollte ich eigentlich noch ein paar Termine ansagen, aber in Anbetracht der Zeit und der Kälte lasse ich das jetzt und verweise einfach auf die Ihnen schon bekannten Internetseiten, wie zum Beispiel bei Abrissaufstand, wo es einen wunderbaren Kalender gibt, wo alle Termine übersichtlich angeordnet dargestellt sind. Und natürlich auch bgw.kopfmannhof-21.de. Dort finden Sie auch nochmal alle Termine. Jetzt gehen wir noch nicht nach Hause. Und zwar jetzt gehen wir zusammen, wir, die wir hier mehrere tausend Leute bei diesem saukalten Wetter wieder sind. Wir wollen zusammen einen Emo-Zug machen zum Schlossplatz. Und zwar gehen wir hier zum Hotelgraf Zeppelin in die Lautenschlagerstraße rein, zur Polzstraße und von dort an Richtung Schlossplatz. Dort wollen wir um 19 Uhr alle zusammen den Schwabenstreich vollführen. Also, in Anbetracht der Zeit, jetzt ist es 18.38 Uhr, deswegen laufen Sie sich warm. Wir treffen uns alle am Schlossplatz wieder und noch ein kräftiges Obenbleiben! 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 Am Schlossplatz ist die Veranstaltung dann offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal und obenbleiben! Können wir zeigen! Wiedersehen!